Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mario Party Yeah, wir haben eine 3 gewürfelt, das können wir auf jeden Fall noch steigern Und wir dabei sind heute, Flo und Tops, es geht Richtig, richtig cool mit euch mal wieder zusammen hier zu zocken Ähm, doch wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt hier Alter, was? Bowsblief Bonusblief Bowsblief Bowsblief Nein, das ist ein furchtbares Spiel Ich spiele so schlecht Wir spielen jetzt eine Mario Party, warum spielen wir nicht Mario Pizza? Ich habe Bock auf Pizza Ja, wir können das nächste Mal in Marios Pizzeria gehen und da Pizzas spielen Ja, in Mario Pizzas spielen Und stirb! Ah! Oh Gott! Ah! Okay Hab ich einen? Äh, keine Ahnung Runter mit dem einen, okay, das ist schön, das ist schön Help me! Okay, Doppelsprung, ja! Anke, man hat Doppelsprung, was? Oh mein Gott, und? Wie kann man denn Doppelsprung haben? Nein, 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 nein Komm schon! Oh Gott Ich hab schon zwei gekillt Du hast echt schon zwei gekillt? Äh, ich noch nicht Ich hab, glaub ich, noch gar keinen Ich schieße mal daneben, was ist los mit mir? Pass auf! Ja, Doppelsprung! Und? Jump! Yeah! Ich hab mit diesen einen Buff Ach, mein Trick mit so einem Buff-Doppelsprung Hörst du auf damit, mich bitte zu töten? Vielen lieben Dank Ja, ich hab drei Kills Hey, wo sieht man aber, wie viele Kills man offiziell hat? Doppelsprung Ich glaub, man muss einfach nur überleben Es kommt Wobei, ich hab, glaub ich, auch drei Kills, wird mir angezeigt Genau, man muss einfach nur drüber kleben Was? Ja, ich zähle einfach die Leute, ich runterwerf Zweiter Bogen Interessante Sache Nee, du hast drei Kills Die sieht, du bist auf dem ersten Platz, ne? Ich bin auf dem ersten Platz? Wie hab ich das denn gemacht? Nee, ich hab, warte mal Flo ist auf dem zweiten Oh, warte mal Oh, no, 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 no Flo lebt noch? Ja, du bist direkt Ah! Hab ich dich getötet, Flo? Flo lebt noch? Dann sieht der Flo so so an So, vielleicht sich an wie so ein Löwe an seine Beute Oh mein Gott Killt den den Toad-Typen Den Toad-Typen? Der Liederne Welche Tüte? Nee, zwei gibt's noch Zwei gibt's noch Okay Okay, first one Oh, no Oh, nein Ja, weißt du, du bist Oh mein Gott Komm schon Go easy Ja! Super gemacht Okay, jetzt noch eins Einer vorne Einer vorne Einer vorne Eine Oder? Oh, die hat Triple Schuss Oh Nein, ich bin gegen die Wand gekratzt Oh, Mann Okay, GG Nee, zweiter Platz Ich kann nicht GG schreiben Ich hab den Chat ausgeschaltet Okay, nice Gute erste Runde, oder? Ich hab geschrieben Kein GG für dich Kein GG Ne vier Okay, nein Ich hab ne eins Ne fünf Wir hatten jetzt ne drei, vier und fünf Tut mir leid wegen deiner eins, Flo Aber vielleicht sitzt du ja eine Schulnote Dann ist es nett Ja Okay Mein Fall Zwei von sechs und vierzig Das ist ganz gut für die zweite Runde Würde ich mal sagen, oder? Als hätte ich zwei Sechsen gewürfelt Hier bin ich zusammenwählt Ja, ich bin in eine Schule Jel-Ei ist mit mir Auf dem ersten Platz zusammen Cool Alright Nächste Runde Miene falsch Oh, das packt Holy Oh no, oh no, oh no Okay, gucken wo die Wo die Experten sich hinstellen Die stellen sich Hier hinten hin Oh Gott Ja Komm schon Was ist eigentlich daran einfach, Flo? Ich bin richtig schlecht In diesem Spiel Hey, das ist einfach nur Parcours Oh no Es zählt nicht mal, wenn du die aktivierst Sondern wenn du einfach den Block an sich berührst Wirklich? Ja Okay Hey Nein, ich war am Ende Ich war am Ende Ach komm schon Ey, so gut war ich noch nie Ich hab's fast geschafft Okay, come on Noch hat's keiner geschafft, oder? Hab's doch ich Nein, wirklich? Aber ich bin dritter Hä, es haben so viele andere Komm mir geschafft Ach, es waren schon zwei Es waren schon zwei Ja gut, aber Ey, ich war gut Ich war gut Wie war's, du topst? Wie hast du los gemacht? Ja, ich bin ein Ja, ich wollte gucken Ob die ganzen Minen Dementsprechend weggehen Wenn man sie kaputt macht, weißt du? Eine Spitzsacke wäre nett Dass man die immer abbauen kann Hey, ich hab zwei Waffen gehabt Ja, ich weiß Weil du einen Platz hattest Ganz genau Hallo Peach Ich bin auch ein Pfirsichgesicht heute Wie geht es dir? Ein Pfirsich? Ja Okay, weiter geht's Ich bin gespannt Was kommt als nächstes Wir haben nämlich neue Games hier Laser Tag ist eins der neuen Spiele Und das macht richtig viel Spaß Ey, da stand Teams verboten Du musst das mal teamen Lass mal teamen Laser Tag Was muss man machen? Muss man da irgendwie Ich glaube, man muss sich hier so gegenseitig abschießen Fünf Sekunden Ja, ja, du musst die anderen abschießen Ich zeig's dir Warte, ich zeig's dir Nein 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 Ich bin jetzt hier gestorben Ja, ich auch Dank ihr Oh nein Oh, ich verstehe das Nein, jetzt bin ich auch gestorben Ich werde einfach mit der Hand niedergeschlagen Geht sie auf Kill? Ho, 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 flo, 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 hinter dir Ich verstehe das Prinzip nicht, ich sterbe auch immer Oh, nice Oh, oh Okay, noch ein Noch ein Ich werde die ganze Zeit teleportiert Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit stirbst Oh mein Gott Okay, nice Nein, der hat mich Oh, oh Dabei werde ich auf dem dritten Platz gerade Und, zack Oh, oh Nein Oh, oh, ich treffe den nicht Man kann sich mit der Hand schlagen, achso Ja, das machen die Leute für mich die ganze Zeit Oh, Hilfe Okay, geschafft Oh, oh, da ist einer Und? War der hinter mir auch, oder was? Der ist auch noch am Spawnen hier Zack, gleich gespawned, trappt Darf man das überhaupt? Oder ist das verboten? Ja klar, ist nicht verboten, ne Nur Teams Nur Teams sind verboten, du hast recht Steht ja in der Beschreibung dieses Spiels Und, zack Mann, jetzt treffe ich nicht mehr Mann Ich bin so weit hinten Okay, komm mal Ich glaube, das war ne Glückssache, oder? Ist es zum Teil Oh mein Gott Ist es zum Teil Aber Eigentlich ist es auch richtig viel können Und aimen können, glaube ich Und, ähm Ich bin nur auf dem vierten Nein Ach komm, ich wollte dritter werden Als siebten, glaube ich Als siebten Komm schon Ach, schade Komm schon, ich möchte jetzt ne ordentliche Zahl würfeln Bitte Okay Ich erfülle dir deinen Wünsch Dein Wünsch Ich hab auch ne drei Ich hab auch ne drei Warum will ich denn ne drei würfeln? Weiß ich nicht Ich bin jetzt zusammen mit Earl Ghoul Woher kenne ich das? Earl Ghoul? Irgendwie sagt man was So bist du nicht Wie ist das? Johnny Was geht? What is chaos? Flur, das ist doch was für dich Oh Bin gespannt, wo wie es da geht Teleportiere die Spieler Ja, das ist mein Lieblingsspiel Ich bin nicht wirklich schnell auf Dunkel Nein, nein Du musst auf den Farben Du siehst unten deine Hotbar Farben Oh, ja, ich weiß nicht Ja Ah, ah, Violett Okay, let's go Thomas, nein Das ist, das war nirgendwo lila Weißt du, das war Ist immer lila Rosa Wobei das ist schwer Weil die Blöcke so klein sind Das ist glaube ich schwer Rot Ich stehe schon auf Rot Ich kann direkt stehen bleiben Das ist doch perfekt Ey, manchmal ist es einfach gar nichts in der Nähe Manchmal ist es wirklich etwas schwer Und lila ist es Ja, das ist Violett Okay, perfekt Waren mir nicht sicher, ob das blau ist Oder lila Konzentration, schwarz Okay Au Ich seh dich, Flo Du bist so ein kleiner Tod, ne? Ja Gelb Und Jump Jemand hat schon eine Plattform genommen Hey, wie geht's aus, Bedrock? Ähm Hacker Hacker Du musst diese Plattformen finden Da sind überall Plattformen Wie du sie hören kannst Ah, ich seh's Und? Ah, blau Nein Ich hab's nicht geschafft Okay Hä, aber ich hatte eine Plattform Warte, was? Hab ich nicht sogar einen dritten Platz yet? Ich glaub ich habe einen zweiten, oder? Ich bin der erster Aber ich weiß nicht warum Du bist auf dem zweiten Platz mit zwei anderen Eben Hä? Nein, perfekt Zweiter gewonnen Immerhin Schade Nein, nicht erster Aber trotzdem Alright Zweimal würfeln Eine, drei Und? Einmal vier Ich wäge mich einfach zu würfeln Eine, fünf Eine, sechs Verdammt Und noch eine Acht Was? Ich würde gerade sagen Acht geht doch eigentlich gar nicht Ich hab eine Drei Eine Fünf Eine Sieben Eine Achtendreißig Welches Feld ist das hier? Ähm Drittes Ich bin Dritter tatsächlich Elytra-Rennen Das ist schlimm Okay Das ist wirklich schlimm Das ist schlimm Das ist mein absolutes Hassspiel Was muss ich das Oh, ich glaub das ist ganz einfach eigentlich Ja, wo muss ich denn lang? Der Spur folgen Und durch die Ja Eben ist schon Bescheid Durch die Ringe halt Alright Okay, okay Slow, zack Ja, wie schwer kann das schon sein? Hier hoch Dann da runter Alright Und hoch wieder Oh mein Gott Okay Und jetzt? Nee, nee Warum? Gleich nicht, warum das Ach, man muss hier bei dem Dings auch Ich dachte, der Tiger ist nur zu Deko Oh mein Gott Der ist voll schwer Aber ich bin gut Du hast einen Checkpoint übersprungen Das stimmt gar nicht Ja, das habe ich gerade auch gemacht Du musst beim Tiger in dieses Dings ran Bei was muss ich beim Tiger ran? Bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Schweif Ja, bei dem Schweif glaube ich Ja, beim Schweif war ich aber drin Ich war noch vorne beim Tiger nicht Ja, okay Ich glaube, das war es Hier zum letzten Checkpoint Alright Aber ich bin fünfte soweit Also das geht eigentlich noch Ähm, ja, mag sein Aber wir gucken mal Ich glaube, gewinnen können wir das nicht Hier sind immer so eine Experten bei Doch, ich bin zweit Doch, doch, doch Ist noch keiner im Ziel Die crashen alle am Ende Echt? Okay Dann haben wir vielleicht Glück Und schaffen es noch Ich schaffe es nie Aber da schaffe ich es nie hin Wie soll ich denn da hochkommen? Das ist nicht möglich Ja, bei dem Checkpoint am Ende Ist richtig schwer Oh, ich kann laufen Ich kann auf dem Tiger langlaufen Alles gut Du hast einen Checkpoint erreicht Komm schon Jetzt ist gelb durch Sag das Spiel nicht Boah, der ist richtig Nein Ich war fast am Ende Oh, okay Siebter Eine Eins Ach, komm schon Eine Eins Na gut Einmal nur Einmal nur So Du bist das Erste Und wirklich bist Ist topst der Letzte Nein Ich bin auf Platz 23 Von 46 Hi, es geht Ist das gut oder schlecht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wieso Wo bin ich jetzt? Ach, da Oh One in the Chamber Ist ein cooles Spiel Ey, ja, das kenne ich Mein Gott So viel Ping Da ist so viel Ping Es gibt aber so viele neue Spiele Die ich gerne noch gespielt hätte Ey, die map schaut cool aus Warte, was ist nochmal One in the Chamber? Müssen wir hier uns abschießen oder so? Wo der Firewall nicht macht Oh nein, das Ding Oh nein, das Ding Oh, zähl Ich bin die nicht Oh, schon Zack Oh mein Gott Bei mir ist einfach Soundbuck Echt? Alright Komm schon Und Bats Okay, läuft bei mir, glaube ich Oh, oh Ich hab ein Pfeil verschwendet Ich hab mein Pfeil gedroppt Me too, me too Ach, du hast es gedroppt Nee Okay, Nummer 3 Manchmal läuft es richtig gut Und dann Manchmal nicht Ach, warte, das warst du Tops da vorne Oh mein Gott Ich bin der Erste Easy, wir sind beide Erste Wirklich? Und so Topschritte Komm schon Und Zack Noch ein Nee, das ist doch unfair Nein Noch ein Nein Oh 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 mein Gott, Easy Nein, das stimmt Wir müssen Nein Nein, der hat sich Ah, ich bin ganz vorne gerade Ich hab doch den einen erwischt, oder? Ich hab ja den einen Hello, Mr. Castlow44 Hallo, Easy Oh nein Ich hab ver... Ich hab verähmt Pfeilchopf Alter Da kommt noch einer gerade Ich bin ganz abgelenkt von der Map hier Die ist richtig schön Echt schön Okay Ich muss ins... Äh, gewühlen Nein, 16 16 Kills Erster Platz Yes Das nennt sich BVP-Profi Möchte ich mal anmerken an dieser Stelle Wir können zweimal würfeln Und Drei Ach Mist Ich brauch eine Sechs Eine Vier Eine Drei und eine Vier Okay Hä? Ja Ich habe, glaube ich Zwei Würfel Zwei Würfel hab ich jetzt gemacht Ich bin jetzt auf Platz 29 von 6 Echt? Warte Äh, nein, der hat schon gewonnen Okay Ich bin immerhin Dritte oder sowas geworden Keine... Ne, deine Platzierung 4 Ist eigentlich ganz nice Okay, Leute Das war's mit unserer kleinen Runde Mario Party Heißt jetzt eigentlich Minecraft Party Wie auch immer Wir spielen das Ganze vielleicht nochmal Wenn ihr einen netten Kommentar da lasst Und mal bei Flo und bei Tops vorbeischaut Äh, wir sehen uns Bis dann Ich habe euch allen noch einen wundervollen Tag Und Hasta la pasta